Was ihr hier gespendet habt, ich bin euch so unfassbar dankbar und ich glaube auch die Kinder in Afrika. Hi zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es geht weiter, es sind tatsächlich nur noch 8 Tage, wir zählen jeden Tag und wir freuen uns schon total auf den Umzug. Wir müssen allerdings noch einiges schaffen, der Keller ist komplett fertig, Leute, von dem Keller werdet ihr jetzt gar nicht mehr viel sehen, aber der Wohnbereich, ich weiß nicht, irgendwie haben wir das Gefühl, wir haben alles gepackt, was geht, aber wenn man guckt, dann sieht das Ganze so aus und es ist alles noch voll. Ich werde jetzt hier nochmal durch die Küche gehen, solche Sachen hier kann man schon einpacken, man braucht doch nicht diese ganzen Schalen, man sieht ja auch immer, was hier drin befindet, das ist alles unnötig. Wasserkocher brauchen wir natürlich genauso wie Toaster, aber wir brauchen keine 10 Messer jetzt die letzte Woche. Vor allen Dingen, weil unsere Kinder jetzt auch die meiste Zeit betreut sind, dass wir einfach hier den Umzug packen, sind viel bei Oma und Opa. Kindergarten ist ja auch noch, ganz lieb von euch, ich habe auch Kommentare bekommen, vergesst nicht da oben die Schüsseln in der Küche auf dem Schrank, Kissen und für die Sofas und sowas alles, das wird alles schon eingepackt. Ich gehe jetzt einfach durch diverse Räume und packe noch weiter ein. Gleich um 11 Uhr, also circa eine halbe Stunde nehme ich euch auch mit. Dann fahren wir zu der lieben Waltraud, das ist die von der Uganda Hilfe, die da mitarbeitet und die hat mir gesagt, es sind schon von euch über 76 Pakete angekommen. Nochmal ein dickes Dankeschön an der Stelle, ihr wisst ja, das ist eine Herzensangelegenheit von mir. Ich sagte, wir fahren da hin und wir machen zusammen die Pakete auf. Ich zeige euch einfach mal, wie toll ihr seid und was wir zusammen geschafft haben und wir schauen einfach mal ein bisschen durch die Pakete. Ich brauche als erstes meinen Karton. Die Rutsche kommt übrigens auch mit, die werden wir nicht auseinanderbauen, die wird einfach hier in diese Folie eingepackt. Wir haben noch recht viele Kartons, finde ich, wenn man so guckt, aber alles ist vollgestellt. Heute kommen auch noch Ikea-Möbel, das sind die Gartenmöbel, die werdet ihr dann sehen im neuen Haus. Das zum Beispiel habe ich euch auf Instagram gezeigt, das ist so ein Tablett für draußen. Dachte ich mir jetzt ganz praktisch, wenn man Getränke abstellen will oder wenn man das schön bepflanzt. Hier unten sind dann Balkonmöbel, Tische und Klappstühle. Ich werde jetzt hier erst mal mir noch Kartons nehmen. Oh Mann, wieso fackt man alles so voll? Nicht normal, das ist hier einfach Ablagefläche. Alex hat ja gestern alle Lampen abgebaut. Oh, da wird ja ganz anders zusammengeklappt hier. Das ist ein kleiner Karton, den kriege ich ja noch gar nicht. Was soll denn hier reinpassen? Ich glaube, die kleinen Kartons sind dann für die schweren Glassengeschirr und so. Alex sagt auch schon, wir freuen uns voll auf den Tag, weil so langsam wird es nervig in den Umzugschaos zu leben. Überall Kartons und dann hat man nicht mehr alles, was man so benötigt. Ich werde jetzt auch schon diese ganzen Sachen einpacken. Wir brauchen wirklich nur Glasreiniger und Spüle. Der Rest kommt erst mal verstaut in Tüten, damit es nicht ausläuft. Ist, glaube ich, sinnvoll, oder? Ja. Könnt ihr nicht sehen, in jeder Kiste sind irgendwelche Sachen. Ich glaube, den machen wir erst mal hier näher. So, der Alkner. Multiflächenreiniger, der ist sehr gut, das ist sehr gut, das ist sehr gut Frosch. Mein Lieblingsspülmittel von Method. Mein Lieblingsspüler, der ist echt toll. Alle kommen gerade, er hat Post weggebracht. Und zwar eure Pop-Tockets, die euch unterschrieben haben. Spülreiniger von Nuck, den brauchen wir nicht mehr. Auch der Holzreiniger, den brauchen wir, weil wir haben überall Paket. Den benutzen wir noch, ne? Weil das bringt lohnt sich doch gar nichts mitzunehmen, dieses Fissel. Muss man eh nach, kann man nachfüllen, um gut zu tun. Den lohnt sich nicht mitzunehmen. Da sind alles so Fisselchen drin. Ist ja auch nichts mehr drin. Ist auch schon leer. Das kann man doch auch brauchen, ganz gerne. Sag mal, hi. Hallo. Was warm, ne? Mega. Wir schmelzen schon den ganzen Tag hier hin. Ich springe mich heute auch nicht, keine Lust drauf. Kennt ihr diese klassischen Schrott-Schubladen? Oh Mann, ey. Was? Solche Schubladen liebe ich am meisten. Das sind Sachen, die man nicht braucht, ne? Es gibt noch, wie ich solche Schubladen geliebt habe. Ich habe immer gerne umgekramt. Wir wollten auch noch was spenden. Ganz viel Babykleidung. Das wären alles diese Tüten. Die bringen wir jetzt auch hoch. Alex fährt die noch weg. So, der Raum wird schon leere. Ich suche noch eine Kiste von Fuchs und Kiwi. Die haben nämlich auch mal eine Spende gemacht. Das ist doch voll schön. Vielleicht ist das nicht mitnehmen. Ich habe jetzt alles, glaube ich, an Babysachen rausgeräumt für die Spende. Ich habe hier das Fuchs und Kiwi-Paket. Mal gucken, wie ich da dran komme, ohne dass ich mich verletze. Ich werde noch Spenden aus meinem Shop machen. Und zwar die Holzspielzeuge, die Reiflinge, Kinderwagenkette und Rasseln für die Babys im Krankenhaus. Ein kleines Geburtsgeschenk oder so. Selbstgenähte Kinderkleidung aus dem Shop. Ja, das werde ich auch noch dorthin geben. Das kommt jetzt alles von uns zum Spenden. Langsam. Alles geschickt. Das ist von Fuchs und Kiwi selbstgenähte Kinderkleidung. Das ist aber B-Ware. Die stehen alle hier. Das sind die ganzen. Das ist aber ordentlich, ne? Eins aus Österreich. Das habe ich gefunden. Aus Österreich. Krass. Es ist noch eins aus Österreich, aber da weiß ich nicht, wo. Also das ist das hier jetzt quasi alles. Da haben wir was zu tun, ne? Ja, heftig. Ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Ihr habt es gesehen, ne? Unheimlich viele Pakete. Ich glaube, es sind über 70 Stück. Oder? Hattest du gesagt, ne? 80 mittlerweile. 80. Es ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich glaube, ich bin mal das Paket aus Österreich. Oh, es ist richtig schön. Mal gucken. Wie Weihnachten, ne? Wie Weihnachten, ja. Für die Kinder auch in Afrika. Ja. Langarm. Kann man auch gebrauchen. Es wird nämlich nachts kalt. Also hier haben wir schon mal ganz viel Kinderkleidung, was natürlich super ist. Die haben da nämlich nichts zum Anziehen. Was haben wir hier? Guck mal, noch komplett neu. Spannbecklaken. Ja. So was wird auch benötigt. Gerade für die Krankenhäuser, oder? Dort. Ja, für alle Betten, Krankenhaus, Weißenhaus. Kuscheltiere. Geht auch immer. Erika. Gucken wir mal hier rein. Oh, ich freue mich voll, dass es so viele Pakete gewonnen wird. Hätte ich auch nicht mit gerechnet. Ja. Flaschen. Sehr gut. Ganz viele Trinkbecher. So wird es jetzt immer benötigt. Spielzeug, Trinkbecher. Ich zeige das mal so rum. Kleine Einkaufstasche, Kleidung. So Kleinstram zum Spielen. Von der lieben Svenja hat uns auch ein Paket erreicht. Auf viel Spielzeug. Schnulli brauchen wir nicht, ne? Das kommt dann woanders hin, ne? Ja, es gibt den Kosovo. Kosovo, ne? Auf jeden Fall. Genau, das wird dann nach Kosovo geschickt. Also, wir können alles hier benötigen. Mülltücher, Handtücher, Waschlappen. Super. Guck mal, wie schön. Kleines Mobili. Wie süß. Wie viel gutes Spielzeug. Ja. Unglaublich. Eine Tasse, Schnabeltasse. So, was brauchen die halt auch. Ja, wir haben jetzt hier ganz viele Krabbeldecken. Ihr müsst euch das so vorstellen. Die Kinder liegen da einfach auf der kalten Erde. Das ist teilweise einfach Beton, glaube ich auch. Schaut mal, schönes Holzspielzeug. Leute, das ist einfach der, der Knaller. Was ihr hier gespendet habt. Ich bin euch so unfassbar dankbar. Und ich glaube auch die Kinder in Afrika. Ich werde es gar nicht schaffen, hier alles im Video auszupacken und euch zu zeigen, wer was geschickt hat. Ich danke jeden Einzelnen von euch, der dieses Paket geschickt hat. Ich werde es gleich noch ein bisschen hier weiter auspacken und das sortieren. Einfach ein dickes, dickes Danke. Während ich hier auspacke, sind gerade nochmal drei Pakete von euch gekommen. Da, zwei Pakete von derselben Situation. Drei Pakete. Oh, Sau. Oh Gott. Oh. Wollen wir mal direkt auspacken. Guck mal, um wieder Krabbeldecken, Handtücher. Ich habe, glaube ich, schon mal im Video erzählt, dass die Kinder teilweise aus dem Krankenhaus nach der Geburt entlassen werden und gerade mal nur ein Handtuch haben zum Anziehen. Mehr haben die da gar nicht. Deswegen ist sowas natürlich Gold wert. Da kriege ich Retour-Scheine für. Und kriegst du das? Das wird mir heute zugeschickt. Bei 34 Grad. Heute sollen 37 Grad werden. Okay. Anstrengend. Wieder ist wach. Gerade kam Ikea und hat mit unseren Lieferungen gebracht. Schlafsofa, Spiegel, für den Flur, die Komoden. Ich zeige das mal eben. Ich glaube, das ist für Schlafsofa die Matratz. Dann haben wir uns für diesen Spiegel entschieden. Der sieht so aus. Ich finde den wunderschön, weil man hat unten noch so Aufbewahrungen für Schlüssel aufhören. Ja, Mama kommt. Mama, Mama. Du kommst nicht hoch, ne? Rutschen. Und jetzt? Und jetzt? Was machen wir jetzt? Rutschen? 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 Und jetzt? Rutschen? Rutschen? Wohnzimmer, Esszimmer ist kleiner als hier. Ja, Wohnzimmer, Esszimmer ist alles klein. So werdet ihr dann noch sehen, wenn es so weit ist. Können wir die Rutsche nicht erstmal schon einpacken, damit die Frieda nicht immer draufklettert? Ich wollte ihn gut draufstellen. Das ist Flur. Flur, also Beschriften. Hemdelskommode, Flur. Das ist deine Kommode? Wohin Flur, ne? Backabro Sofa? Zweiersofa? Das ist dann Pauline. Das sind die Garderoben, diese Bäume. Ah, Flur. Das sind voll schön. Darfst du die Kucke da drauf, die Männer? Musst du zukleben, zusammenbinden, oder? Ein Paket schnüren. Guck mal, wie schlau du, ey. Ein Fuchs bin ich. Wie clever ist unsere Isen. Ich bin wieder wie die Rutsche hoch. Das klappt nicht. Schmeckt das ja. Keller, Billiregal für die Ordner. Ich habe sonst nichts gekauft. Oh, ja stimmt. Billiregal, Keller, ne? Keller. Billiregal, damit wir alle unsere Ordner da unterbekommen, weil wir ja kein Büro haben und auf unser Bürozimmer verzichten. Aber wo ist denn das Schlafsofa? Da drunter. So Schnuckis wollte ich gerade sagen. So Schnuckis. Ich melde mich gleich bei euch wieder, wenn wir... Schlafsofa. Wenn wir hier weitergekommen sind mit ein paar Ergebnissen. Derzeit tut sich ja nicht viel. Das Chaos ist einfach überall. Hier draußen haben wir noch unsere alten Esszimmerstühle stehen. Die sind noch aus der alten Wohnung. Wo wir angefangen haben mit YouTube aus der Zeit. Tatsächlich. Die sind aber noch super gut und die nehmen meine Eltern mit. Es ist einfach eine Katastrophe hier, wie es aussieht. Wir haben tatsächlich jemanden gefunden. Uh! Hält es mich. Der den Trödel komplett uns abnimmt. So wie er im Keller liegt für ein gutes Angebot. So haben wir den Stress nicht. Wir wollten erst einen Hausflohmarkt machen. Aber ehrlich gesagt haben wir keine Zeit dafür. Das schaffen wir nicht alles noch damit umzuziehen. Und ja, so sind wir alles weg. Jemand freut sich. Wir schmelzen einfach dahin. Der Alex hat gerade ein richtig cooles Instagram-Foto gepostet. Die Frieda versucht zu laufen. Sei es am Kinderwagen oder im Rollauto. Komm! Mama, mach dir Wasser rein. Heute ist der heißeste Tag des Jahres. Steine waschen. Aber nicht essen, ne? Wuuu! Ja! Machen wir auch eine Appellung. Ja, Steine waschen. Aber aufpassen, dass nicht Frieda das in den Mund nimmt, ne? Alex hat jetzt gerade eben die Weinkisten abgeduscht, abgebraust. Und die lassen wir jetzt in der Sonne trocknen. Da waren richtig viele Spinnenweben und so dran. Jetzt sind die wieder sauber. Die nehmen wir mit. Entweder hängen wir die ins Haus als Regal. Das finden wir ganz cool. Oder wir benutzen die für den Garten, für die Terrasse als Regale so aufeinander. Und dann kann man da Sachen reinstellen. Oder man kann da auch Spielzeug für den Kindern reinpacken. So, meine Lieben, es ist schon dunkel mittlerweile. Kurz vor neun. Wir haben jetzt anderthalb Stunden auf den Mann gewartet, der den Trühl abholen wollte. Ich wollte euch eigentlich zeigen, wie es aussieht, wenn alles leer ist. Aber manchmal denke ich mich echt, was mit den Menschen los ist. Der Kontakt bestand die ganze Zeit. Er meinte, es dauert länger, weil Baustellen sind. Und am Schluss war es einfach so auf Instagram, dass ich ihn nicht mehr gefunden habe. Und unser Gespräch war weg. Sprich, er hat mich wahrscheinlich blockiert oder so. Und hat sich den Spaß daraus gemacht. Finde ich überhaupt nicht cool. Haben da natürlich nichts von. Und wir waren auch noch so nett und haben noch mehr Trödel für den Herren zusammengesucht. Naja, egal. Es wird morgen dann abgeholt. Ich finde es halt irgendwie nur schade. Und denke mir so, das Vertrauen in die Menschheit geht dadurch definitiv bei mir verloren. Die Leona schläft heute unten auf dem Sofa, weil es extrem warm bei ihr oben ist. Das alles hier war noch für den Trödel zusätzlich dazu gepackt. Ein ganzer Karton. Naja, wer nicht will, der hat schon. Ich ärgere mich darüber nicht. Ich finde es halt nur schade für die Kids, weil wir hätten die Zeit dann halt auch sinnvoller nutzen können, anstatt hier zu warten. Der Alex legt gerade die Pauline oben schlafen. Das hört sie nun nicht. Leona siehst du Teddy irgendwo. So meine Lieben, ich würde mich auch für heute Abend verabschieden. Es war anstrengend genug heute und viel zu heiß. Ich würde sagen, wir sehen uns die Tage. Nächstes Mal seht ihr dann Alex Video. Das kommt dann... Ja, das ist dann schon online, wenn ihr dieses Video seht. Und ich würde sagen, bis bald. Tschüss. Tschüss.